Am 2. Februar werden alle Sturm-der-Liebe-Fans enttäuscht, wenn sie zur gewohnten Zeit die ARD einschalten. Denn statt der Telenovela übernimmt ein anderes Programm. Mal wieder läuft die Sportschau – und das von 9.55 Uhr bis um 18 Uhr. Für Wintersportfans ein wahrer Traum, denn von vielen Weltcups werden die Wettkämpfe übertragen. Nordische Kombination, Skeleton und Freestyle werden unter anderem zu sehen sein. Außerdem freuen wir uns auf die nationalen Winterspiele der Special Olympics. Aber keine Sorge – am Montag ist Sturm der Liebe wieder zur gewohnten Zeit in der ARD zurück.